Musik Machen wir dann gleich wieder alles rausschmeißen Ist dir schon was eingefallen? Ja, ich bin schon gerade am basteln Ich entwerfe gerade auch schon unsere möglichen Ja genau, so in der Richtung Was womit wir dann halt Wegkommen Ich weiß nicht, ob ich damit fliegen würde Aber wir kriegen das hin Das erinnert mich an ein ganz altes Gespräch Bei mir auf dem Kanal Falls du mal da oben sterben solltest Also das funktioniert nur Ab einem bestimmten Pg Eines bestimmten Getränkes Und dann setzt man sich auf einen Stuhl Und bindet sich unten eine riesengroße Schubdüse dran So ein bisschen lenken kannst du ja Ich weiß nicht, ob man da dann schon einen Gyro braucht dafür Deswegen sind wir noch ein bisschen Ach schön Hauptsache so zwei Sitze Ja, das kriegen wir hin Das ist kein Thema Ich weiß nicht, ob das dann die Schuhe aushalten Das ist ja, wenn ich mich dann nur dran binde Ich würde es glaube ich nicht drauf ankommen lassen Wenn die unterwegs dann so ein bisschen Ist bleibt Wenn dann so kurz vorm Ei die Haftung weg ist Tschüssi Ich muss wirklich zum nächsten Mal diese Physik-Mod installieren Da rollt ein Gold weg Mist Ja klar und das Eis bleibt vorliegen Und das Gold rollt bis runter Ne, gut Schicke ich noch ein bisschen Eis und Stein hinterher Damit es Spaß hat Man Sonst baue ich immer so schön drumrum, weißt du Mit Gerüsten Das habe ich ja oben beim Eisen auch gemacht Bei diesem Eisenstein Das mache ich da wenig Nimm ich mit ein paar Stallplätten mit Wobei bei so einem Stall hier ist ja sowieso nicht so viel drin Und deswegen brauchen wir ja jedes Krabben Naja gut, also wie gesagt In den Containern da hinten bei dem Bohrturm Da ist alles voll Wir müssen es halt wirklich nur hier rüber bringen Was meinst du? Alles voll? Mit Ressourcen Also Eisen Und den ganzen anderen Krams Eisen Eis und sowas hat man ja Aber Gold hat man doch nie Ne, ich glaube da haben wir auch nicht mehr so viel Oder? Ein bisschen Ja, Silber haben wir noch ein bisschen was Ich glaube Gold ist relativ aufgebraucht hier Das brauchst du ja normalerweise auch nur für die großen Sachen, ne? Hm Ja Ich gucke gerade mal so Aber auch das wir schon mal haben So 7000, ob ich da will Noch ein bisschen was aufholen hier Jo Zurück Wo auch immer zurück ist Ja, jetzt erst mal wieder reinkommen, ne? Nach so langer Abwesenheit hier Erst mal wieder die Welt dann kennenlernen Ah, ich sehe den See, ja, schön Das ist Ich habe ja alles markiert, aber Wie war das? Mit H? Ah ja, mit H kann ich alles einschalten Was denn? Ähm Das ist jetzt interessant Ich habe gerade eben hier Ähm Tanks Und Triebwerke platziert Und habe jetzt die Komponenten dafür geholt Und jetzt ist es weg Aber so komplett weg Das ist das, was ich meinte mit Aufräumen, Teufel? Ne, das geht aber nicht so schnell Und ausrechtlich, wenn du so nah dran bist Also das habe ich in meiner Welt Noch nie gehabt Das ist richtig So schnell geht das normalerweise nicht Deshalb, das ist etwas eigentümlich gerade Ja Ja, passt zu dem Anfang Funktioniert Ich nehme die Raffinerie das raus Ja Äh Eis rein, Gestein rein Unbekanntes Signal Gibt gleich wieder So, dann gucken wir mal Dann machen wir das jetzt halt anders Oh, es muss ja funktionieren Ja, ist halt seltsam Dass der das Ähm Jetzt einfach rausgenommen hat Das verstehe ich jetzt nicht ganz Weil sonst könntest du ja gar nichts mehr bauen Wenn das dann jedes Mal gleich automatisch Alles entfernen würde Na, das ist ja nur Wenn du aus einem bestimmten Umkreis kommst Normalerweise Und räumt er dann auf Aber selbst da hast du ja gesagt Da hast du alles ausgeschaltet Der sollte gar nicht aufräumen bei dir Richtig, also nur die Sachen, die jetzt so Was, zum Beispiel Diese Sachen, die übrig bleiben Wenn wir gestorben sind Diese Trümmerteilchen Die nämlich die Gegend fliegen So was wird halt rausgenommen Mhm Ja, bei mir war es so Dass ich hier Container hingestellt hatte Die waren ja auch gleich weg Ja, versetzlich Jawoll, Terrakota-Helm Interne Benzerung Jetzt muss Stahlplatten sein können Aber die kriege ich ja jetzt hier raus Hm Eigentümlich Gut, okay Ich fliege nochmal weg Mal gucken, was er jetzt gleich hat Warte mal, lass mich zugucken Wir sehen, wie es verschwindet Aber da bin ich ja da, ne Ahaha Hm Sehr eigentümlich Was lässt du denn hingestellt? Äh, vor allem jetzt würde ich immer noch dieselben Sachen Warte mal So, da hinten Bei dem Bohrturm hatte ich das hingestellt Oh, da schwebt was Supply Transport Übrigens wegen den runden Stahlplatten Das ist auch schon wieder weg Äh Okay Wegen dieser Anzeige Runde Stahlplatten Das ist die Bio-Spritanlauche Weil die die Stahlplatten mitverbraucht Hm, genau Die Das ist ja eigentümlich Hm Hm Das gefällt mir nicht Ist der Abstand vielleicht schon zu groß? Von Basis bis hierher? Dass du das nur bei der Basis bauen kannst? Das sollte eigentlich nicht sein Wir haben da hinten ja den Bohrturm Ja auch so auf diese Art und Weise gebaut Das ist richtig Sehr, sehr merkwürzig Oh, dann war es vielleicht auch kein Bombardement, was bei mir Mein Auto weggeballert hat, weißt du? Ich habe ja auch angefangen zu bauen Hm, genau Warte mal kurz aus der Reichweite So und dann Wir haben hier einen schönen Schatten Das sieht ja okay aus Komm mal vor der Basis Nice Ah, Riesenteil, ey Cool Ist der da oben? Das verlockt schon, ne? Da bleibt Transport Hm Hm Wollen wir es mal testen Fliegen beide zum Turm Und kommen wieder zurück Ob es da noch da ist? Jetzt ist es ja bei der Basis Ich habe es ja auch eben extra mit Fahrwerk gemacht Weil ich dachte, okay Vorher hast du es nicht mit Fahrwerk gemacht Was noch vorsichtig haben mit Fahrwerk Was aber eigentlich auch nie ein Problem war Ah ja, ich kenne es in den Tipps nur mit Fahrwerken Okay Vorwerk ein Block drauf, dass du es dann wegschleifen kannst Und erst dann anfangen Naja, das habe ich eigentlich nie gehabt das Problem Also auch jetzt in meiner In meiner großen Welt halt auch nicht Deshalb verstehe ich das gerade nicht so ganz Oh, schau Nehmen wir auch zur Kenntnis, ne? Joa Wir sitzen das jetzt einfach aus Hätte ich eine Kryokommer komplett aufgeführt? Joa Ah, dieser Supply Transport Ja, ja, ja Maa, das Reizt mich schon Jaa Aber ich weiß ganz genau, dass wir da ganz böse auf die Fresse kriegen Wenn wir da hinfliegen Durchaus möglich Ja, nicht nur durchaus Bin ich sogar ganz sicher, ne? Ich wollte gerade sagen Also Hmm Das wäre ungewöhnlich, wenn nicht Hmm Sauerstoffgenerator war das, ne? Joa Schon mal Hydrogen reinschmeißen Wieso fällt der jetzt nicht mehr auf? Ist kein Hydrogen mehr da? Hm Hm Was? Wasserstoff haben wir auch nicht? Doch, sollte da sein in den Tanks Lass mal wieder einen Tank finden Äh, Hydrogenen Tank ist das Ist auch auf Auffüllen eingestellt Ja Ja, ja Okay, wunderbar Vorhin war es ja noch ein Sauerstoffanlager drin Da hat es ja gleich mit aufgefüttert Aber das hat er jetzt gerade auch nicht gemacht Hm Eigentümlich Dann hole ich nochmal Gold Und bau vorher noch ein paar Lücke dorthin Hm Ja Elitium Na Was ist denn das jetzt hier? So Biofuel Die kann mal ausgeschaltet werden hier Die verbrochen momentan das ganze Zeug Das ist nervig Okay Okay Noo, was hat er denn? Nach großem Stahltrennen Meckert es schon wieder? Ja, ja Ach immer diese Komponenten die fehlen Ach so ätzend Ich hoffe mal jetzt haben wir alles Sehr schön, okay, also der Tja, das Grundgerüst ist fertig, ne? Was? So schnell? Ja, fast, fast, fast Ach so Es ist eigentlich schade, dass es Das macht mir schon wieder Angst Bei den ganzen neuen Cockpits die es gibt, ja Dass es kein einziges Cockpit gibt Was von Natur aus gleich zwei Sätze hat, weißt du? Das wäre halt mal richtig cool gewesen Mhm Das ist ein richtig schönes Doppelding, ja Guck ich mal So, da Sauerstofftank noch mit dazu Aua, ich bin schon irgendwo gegengeschüttelt Ach, sehr geil Schön wie der sich doch mal bewegt, so beschwert Das mag er irgendwie gar nicht, ne? Nee Mach's ja auch nicht mit Absicht Ich meine die so jüdisch haben Schrecklich, ne? Ja, echt Geht ja gar nicht Recht machen kannst du eben auch nicht, ne? Zu kalt, zu warm Nur anbeschweren Nur anbeschweren So Ähm Das brauchen wir alles nicht Oh, jetzt ist ich bei mir das Gold rausgeschmissen Oh, oh Deswegen bin ich da hergekommen Alle Komponenten Ja, jetzt hätten wir das kleine Bohrschiff nehmen können, ne? Aber selbst dafür brauchen wir ja noch Energie, ne? Welches Bohrschiff meinst du? Das, was wir oben haben, nicht gehen lassen? Achso, ja Hm Ja Aber ich wollte ja für unten sowieso auch noch eins bauen Irgendwann mal Oh, warte mal Jetzt hab ich grad ne Idee War das nicht hier? Nark, ähm Ne, das ist ein anderes Spiel Ja, ich muss dann immer an, äh, Pinky und der Brain denken So So Oh, nö Och, das ist kacke Das gibt's doch nicht Ich